Freunde der Gruselgeschichten, es ist mal wieder soweit, mein Arbeitgeber CreepypastaLunch hat einen Eisberg hochgeladen, tatsächlich vor 6 Monaten, das stimmt nicht, das ist vor 6 Minuten, das ist absolut nicht richtig, dass es hier so alt ist und CreepypastaLunch, falls du das siehst, ich hab dich leider nicht auf der Gamescom gesehen, aber ich hab gern ein Bild mit dir gemacht, ich hab ihm eh geschrieben, das wär wie das Messi und Ronaldo Bild, das wär legendär. Cure, Contain, Protect. Dies sind letztendlich die 3 Maßstäbe, nach denen die SCP Foundation handelt. Eine geheime Untergrundorganisation, die in unserer realen Welt existieren soll und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle möglichen seltsamen Wesen, Anomalien, was sonst da draußen Unerklärliches existiert, gefangen zu nehmen, zu kategorisieren und eben sicherzustellen, damit wir normale Menschen ein gutes und friedliches Leben führen können. Und ich denke, diese Informationen über die SCP Foundation werden manche von euch kennen. Bestimmt habt ihr schon mal irgendwelche bekannte SCP-Kreaturen gesehen, wie zum Beispiel eben die Puppe, die sich dann bewegt, wenn man nicht hinguckt. Ja, das war das. Das war das Original Squid Game. Da hatte ich so ein Game, das hab ich gezockt am PC und das war jedes Mal, wenn du dich weggedreht hast, ist das Ding näher gekommen. Boah, das ist creepy. Oder der schüchterne Mann, den man nicht angucken darf, weil er einen sonst versucht zu beseitigen. Aber heute hab ich etwas Besonderes für euch. Denn ich habe mich einmal durch den gesamten SCP-Eisberg hindurchgearbeitet und alle möglichen Werbung an der Stelle, Werbung. Okay. Einmal Werbung in den Chat schreiben, bitte. Damit ihr nach diesem Video alle möglichen Geheiminformationen über die SCP Foundation habt, die ihr braucht. Und wenn euch das Ganze dann immer noch nicht reicht, dann kann ich euch noch etwas empfehlen in Eigenwerbung. Und zwar könnt ihr einmal in die Beschreibung gucken. Dort hab ich einen Link zu meinem Zweitkanal verlinkt, wo ich eben ein extrem cooles SCP-Spiel gespielt habe, das ich so noch nicht zuvor erlebt hatte. Also, es würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch vorbeischaut und vielleicht ein Abo dalasst. Und wir kommen jetzt direkt zu dem unfassbar gruseligen SCP-Eisberg. Viel Spaß. Let's face. Wir beginnen auf der ersten Idee mit Mysterien und Geschichten, die ihr vielleicht schon einmal gehört habt oder hauptsächlich wahrscheinlich nur dann kennt, wenn ihr euch schon etwas mit der Foundation mal beschäftigt habt. Es beginnt mit The O5. Die O5 sind letztendlich... Aber ist jetzt, zu meinem Verständnis, ist jetzt so Bigfoot und sowas Loch Ness Monster? Wäre das auch ein SCP? Es geht aber nur um weirde Viecher, oder? Sehe ich noch einen fetten Iceberg. Die O5 sind endlich die obersten Leiter der SCP-Foundation. Okay. Es ist eine Gruppe, die aus insgesamt 13 recht unbekannten Personen besteht, die die Kontrolle über die Foundation und damit einhergehend auch über alle Kreaturen im Inneren hat. Damit haben sie eine unfassbare Verantwortung, aber auch eine unfassbare Macht und gelten als die wichtigsten und machtvollsten Menschen auf der gesamten Welt. D-Class sind Insassen. Okay. Die D-Class Mitarbeiter, das steht für Disposable Class oder Austauschbare Klasse, sind eine Gruppe von menschlichen Testsubjekten, die beim Umgang mit gefährlichen SCP-Kreaturen immer mal wieder beseitigt werden. Man weiß, dass sie gegen ihren Willen von der Foundation rekrutiert wurden und es gibt die Theorie, dass sie eigentlich mal Gefängnisinsassen waren, die nun einfach weggeschickt wurden in die Foundation als Lockvogel. Okay, wir werden das jetzt hier raten, solange wie ich mich daran erinnern kann. Das Erste, auf einer Skala von 1 bis 10 so, ob das Sinn macht, Sinnhaftigkeitsbewertung. Sinnhaftigkeit von so einer Organisation, die sich um solche Wesen kümmert, kann sein. Glaube ich jetzt persönlich nicht, aber ist denkbar, ne, ist denkbar. Acht von zehn. Das hier, zwei von zehn, bro. Irgendwelche Gefängnisinsassen, okay, das macht noch Sinn, weil die kann man schnell mal, weiß nicht, du sagst, ja, irgendwer wird jetzt zum Tode verurteilt oder so und dann schickst du ihn aber nicht in diese Kammer, sondern halt in diese SCP-Kammer, keine Ahnung. Aber würden sie dann nicht eher erstmal irgendwelche Tiere oder sowas verwenden? Also ich meine, das wäre jetzt nicht großartig moralisch der richtige Weg, aber das wäre halt das, was so eine Einrichtung machen würde. Agenten und Geldgeber. Dieser Punkt steht letztendlich dafür, dass die Foundation weltweit, auch hier in Deutschland, Geheimagenten stationiert hat, damit sie schnellstmöglichst eingreifen können, sollte irgendwo eine Anomalie oder eine neue Kreatur auftauchen. Es müssen dann immer sehr schnell nötige Schritte eingeleitet werden. Tiere können halt nicht sprechen und nichts berichten. Ja, aber das willst du ja mit Überwachungskameras, oder? Wenn du so einen SCP fängst, dann hast du es ja eh in so einer Art Gefängnis. Gleichermaßen wird die Foundation von allen großen Ländern auf der gesamten Welt geltlich unterstützt. Dies ist alles dafür da, damit sie Sicherheit auf der Erde gewähren können. Groups of Interest. Auch wenn die Foundation die größte Organisation ist, die sich mit SCPs beschäftigt, gibt es noch außerhalb der SCP Foundation Gruppierungen, die ebenfalls von SCP-Kreaturen Gebrauch machen oder sie gefangen halten. Manche dieser Gruppen nutzen die SCPs für ihre eigenen Zwecke, versuchen damit an mehr Macht zu kommen oder ihre Ziele und Träume zu erfüllen, während andere sich lediglich darum bemühen, auf die Sicherheit dieser Welt zu achten. Klassifizierung. Die Klassifizierung wird bei SCP-Kreaturen anhand der Aufbewahrung festgelegt. Okay. Je leichter es ist, die Kreaturen gefangen zu halten, desto niedriger ist ihr Gefahrenlevel. Das heißt nicht, dass diese Kreaturen auch weniger gefährlich sind für Menschen als andere Kreaturen, sondern es heißt nur, dass man sie leichter gefangen halten kann. Stellt euch Folgendes vor. Man hat zum Beispiel ein Wesen, das keinem Menschen was zu Leide tun würde, aber durch Wände hindurch gehen kann. Und ein Wesen, das quasi jeden Menschen angreift, den es sieht, aber aus einer simplen Gefängniszelle nicht ausbrechen kann. Nach den Regeln der SCP Foundation ist das harmlose Wesen, das überall ausbrechen kann, gefährlicher vom Gefahrenlevel einzuschätzen, als das Wesen, was man kontrollieren kann. Ja, das macht Sinn. Das würde ich auch so einschätzen. Fictional Writing. Dieser Punkt des Eisberges besagt, dass die SCP Foundation nichts weiter ist, als ein kreatives Projekt, an dem unterschiedliche Leute aus aller Welt gleichzeitig arbeiten, und zwar indem sie Geschichten erfinden und diese dann eben hochladen und sie zu der Narrative der Foundation hinzufügen. Sinnhaftigkeitsskala 10 von 10. Das sind Trolls. Während die meisten Menschen fest davon überzeugt sind, dass die Foundation nicht echt ist und eben nur eine Art Creepypasta-Forum, gibt es viele, die anderer Meinung sind. Aber dazu kommen wir später. Taumiel. Taumiel ist eine besondere Gefahrenstufe der Foundation. Dies sind hochgefährliche und seltene Anomalien, die jedoch nicht einfach nur in Gefangenschaft leben, sondern die aktiv genutzt werden, um andere SCPs unter Kontrolle zu bringen. Ein Mensch heißt einfach Peter. Letztendlich sind manche Kreaturen so mächtig, dass nur noch stärkere SCPs in der Lage sind, sie zu besiegen. Und das sind eben die Taumiel. Multiple Canons. Dieser Punkt ist sehr leicht erklärt. Letztendlich ist die SCP Foundation nicht nur ein Universum, das existiert, sondern ein Multiversum. In Parallelwelten gibt es viele andere Kreaturen und Geschehnisse, andere Timelines und was alles passiert ist. Und diese Sachen haben nie in unserer Geschichte existiert, aber dafür in anderen Universen. Es gibt also mehrere Geschichten, mehrere Klassifizierungen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, aber dies liegt nur daran, weil sie eben aus anderen Welten stammen. Das macht keinen Sinn, weil wenn das Sinn ergeben würde, dann müsstest du diese Information von einem anderen SCP, also von einem SCP haben. Das heißt, die könnten sprechen. Ich meine, maybe können sie sprechen, I don't know. Aber, weil du kannst ja, das Einzige, wie wir in der andere, also wir können ja gar nicht mal so weit schauen, verhältnismäßig so weit, wie das Universum halt ist. Und deswegen, I don't know, wie du zu der Info kommen würdest. Außer ein SCP hat sie das gesagt. Gate Guardian. Bist du das jemandem? Der Torwächter oder auch Gate Guardian gilt unter anderem als die erste SCP-Kreatur überhaupt. Es gibt auch Gott als SCP und der kann ganz normal sprechen. Ja, true, eigentlich ist jedes Wesen, was halt nicht bewiesen ist, dass es existiert, so wie jetzt eben, keine Ahnung, Gott, Einhörner oder Alpha Kevin, ein SCP, ne? Sie gilt als SCP-001 und es handelt sich hierbei um eine fliegende, brennende Gestalt, die wie ein Engel aussieht. Sie lebt zwischen dem Euphrat und der Tigris und beschützt dort angeblich den Eingang zum Garten Eden, den man vielleicht aus der Bibel kennt. Sie war vermutlich eine der ersten SCP-Kreaturen, die erschaffen wurde, seitdem es uns Menschen gibt. Und sie ist eigentlich zu mächtig, um sie effektiv zu kontrollieren. Ihr werdet später noch bemerken, dass es mehrere Kreaturen gibt, die allesamt als SCP-001 bezeichnet werden. Behaltet das nun mal im Hinterkopf. Uh, das ist ein Formenwandler, oder was? Der letzte Punkt der Eisbergspitze ist die Factory. Die Factory ist eine lebendige Entität, die in der Geschichte der Foundation die Rolle des Bösewichtes übernimmt. Letztendlich war es eine riesige Firma im 19. Jahrhundert, die viele Arbeiter gegen ihren Willen gefangen hielt und sie zum Arbeiten zwang. Diese Mitarbeiter stellten damals im Inneren der Factory gegen ihren Willen viele SCP-Kreaturen her, die heutzutage noch auf freiem Fuß sind oder von der Foundation inhaftiert wurden. Okay, also SCPs werden von Menschen erschaffen. Oder werden auch von Menschen erschaffen. Wenn die Foundation selbst also quasi die Guten in unserer Welt sind, dann ist die Factory eben das böse Gegenstück. Kommen wir nun als nächstes zu Ebene 2. Und jetzt werden die unterschiedlichen Legenden immer düsterer und immer und immer seltsamer. Also, macht euch gefasst. Ich liebe es, wie er das erzählt. Dämmerung. SCP-2018, oder auch Dämmerung genannt, ist letztendlich der Tod selbst. Oder besser gesagt, das Leben nach dem Tod. Es ist eine Entität, die zusammen mit der Menschheit aufgetaucht ist und seitdem ihr Unwesen treibt. Letztendlich geht es um die Frage, was nach dem Ableben des Menschen passiert. Und mit diesem Geheimnis hat diese SCP-Kreatur zu tun. Man geht also davon aus, dass man nach dem Tod nicht einfach in ein Leben danach kommt, sondern dass man nach seinem Ableben zu SCP-2718 gelangt. Es ist damit eben ein unfassbar großes Mysterium, das selbst die Foundation nicht erklären kann. Der Administrator... Ja, was machst du dann dort? Der Administrator ist eine mysteriöse Person, zu der man nicht so viel Erfahrung hat. Letztendlich heißt es, dass diese Person an der Erschaffung der Foundation beteiligt war und weiterhin im Geheimen mitwirkt. Er ist angeblich die einzige Person, die von der Bedeutung und Macht noch über den O5 steht. Aber bis heute ranken sich viele Legenden und Mysterien um diese Person und manche sind sogar der festen Überzeugung, dass der Administrator selbst eine SCP-Kreatur ist. Bei SCP-231 geht es um eine ganze Gruppe aus Menschen, die in einer groß angelegten... Schwangere Frauen! Ja, SCPs! ...Aktion von einer gefährlichen Kultgemeinschaft gerettet wurden. Man wusste direkt, dass sie bei diesem Kult in Kontakt zu irgendeiner anderen SCP-Kreatur standen und daher brachte man sie danach direkt zur Foundation. Dort bemerkte man schrecklicherweise, was vor sich ging. Denn alle diese Opfer waren schwanger gewesen und versuchten, eine Kreatur namens SCP-231 auf die Welt zu bringen. Die meisten wurden beim Eindämmungsversuch beseitigt, aber ein Opfer, SCP-231-7, konnte gerettet und eingedämmt werden. Viele Menschen vermuten, dass es sich bei SCP-231 vielleicht um den Teufel selbst handeln könnte. Da gab es so eine American Horror Story-Staffel. Die war relativ kurz. Da ging es um so Aliens. Und da wurden auch Menschen entführt und zwangsbefruchtet quasi. Und dann haben sie Kinder geboren. So, also Männer und Frauen, bis dann irgendwann mal das perfekte Alien-Menschen-Hybrid-Baby auf die Welt gekommen ist. Ja. Und SCP-4971. Soweit ich es verstanden habe, geht es bei diesem... Ich weiß nicht, welche Staffel das war. Aber das war so eine mit vielen Schwarz-Weiß-Folgen. Das siehst du dann eher an den Thumbnails. ...Punkt darum, dass die Anomalien Three-Portlands und SCP-4971 parallele Universen sind, die den gleichen Regeln folgen. Während Three-Portlands ein eigener Stadtstaat ist, der in einem eigenen Mini-Universum existiert, ist SCP-4971 eine Anomalie innerhalb eines Einkaufszentrums hier in unserer Welt. Im Kaufplatz? Innerhalb von diesem Einkaufszentrum findet man plötzlich eine andere Dimension vor, die aussieht wie ein recht schöner, ruhiger Wald, in dem aber wirklich gefährliche Kreaturen leben. Wald im Kaufland. Äh, Wald im Einkaufszentrum. Was könnte das bedeuten? Maybe so ein... Kennst du diese Ikea-Kinderparadiese? Dieses Smaland oder so? Das gibt es in Kaufland... Äh, in Einkaufszentren. Gibt es das in Deutschland auch, da wurdest du als Kind so reingesteckt, ähm, während deine Eltern so einkaufen gehen und dann holen sie dich wieder ab. Das war voll sick. Dreesinator, danke für den Prime-Sub. Also ich denke, Ikea ist da irgendwie damit verstrickt. Ja? Beide dieser Wesen scheinen dieselbe Art von Mini-Universum zu sein und folgen den gleichen Konzepten. Schreitische verkaufen. Taumaturgy und Reality-Bending. Laut dieser Theorie sind zwei Arten, wie SCP-Kreaturen ihre Macht ausüben, angeblich die gleiche. Hierbei geht es um Thaumaturgy oder Taumaturgy und Realitätsverzerrung. Taumaturgy ist letztendlich die Fähigkeit, Dinge mit seinem purem Willen zu beeinflussen. Zum Beispiel Zauberei. Wenn ihr euch vorstellt, dass euer Handy, das jetzt gerade vielleicht vor euch liegt, auf einmal fliegen kann und es dann tatsächlich abhebt, dann nutzt ihr Taumaturgy. Reality-Bending oder Realitätsverzerrung hingegen ist etwas viel, viel Mächtigeres. Es ist letztendlich die Möglichkeit, die gesamte Welt um sich herum so zu verzehren, dass sogar Naturgesetze und die Vergangenheit sich ändern können. Wisst ihr, was viel komischer ist? Dass einfach dieses Bild hier eine Kugel ist, die gar keine Kamera widerspiegelt. Zumindest sehe ich hier keine. Das ist weird. Meistens vermutet man, dass diese Dinge zwar unterschiedliche Kräfte sind, doch manche im Internet behaupten, dass Reality-Bending einfach nur eine viel, viel stärkere Form von Taumaturgy ist. Okay, wenn ihr eine Superkraft haben könntet, welche wäre das? So, sag mal, du kannst für 10 Minuten am Tag irgendwas machen. So, Zeit stoppen, fliegen, teleportieren. Also 10 Minuten teleportieren, das geht nicht wirklich. Ich sag mal, 10 Mal teleportieren. 10 Mal. Fliegen, Teleportation, safe Zeit stoppen, Bro. Teleportieren, wirklich? Naja, teleportieren ist ja faktisch, naja, okay, du könntest jetzt sagen, okay, ich teleportiere mich nach Amerika oder du kommst ja aus jeder Situation raus. Aber du kannst auch mit Zeit stoppen. Also ich würde safe Zeit stoppen nehmen. Weil dann kannst du ja original, dann könnte ich jetzt die Zeit stoppen, hab 10 Minuten, geh in den nächsten Ikea, geh ins nächstes Mal Land. Na, aber weißt du, und dann nehm ich mir aus der Kasse die ganzen Hunderter, geh ich wieder zurück, Zeit läuft weiter, zack, ich bin done. Unsichtbar sein, unsichtbar sein kann man auch machen. Aber unsichtbar sein ist faktisch das gleiche wie Zeit stoppen, nur dass sich die Leute, nur dass die Leute, die sich auch bewegen und so, also wenn du dann die, die Kasse öffnest, ähm, dann können die dich ja irgendwie, weiß ich nicht, schlagen oder so. Wobei, wahrscheinlich hätten die einfach nur Angst. Also die sehen ja dann, wie das Geld mit dir mitwandert. Gedanken lesen, boah, weiß ich nicht, ob du das willst. Weiß ich nicht, ob du das willst. Gedanken manipulieren, das ist actually auch gut, aber glaube ich auch nicht, dass du das wollen würdest. Weil irgendwann mal fängst du dich da so drin und du sagst dann, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, so zu deiner, zu deiner Freundin so, die hat jetzt keinen Bock, essen zu gehen und dann sagst du, oh ja, du hast jetzt Bock, essen zu gehen und dann, oh ja, du hast jetzt Bock, den Geschirrspieler zu machen und so. Und dann irgendwann mal, ah, schaffst du dir quasi so einen perfekten Menschen, der aber kein eigenes Leben mehr führt, weil du halt alles für ihn bestimmst. Irgendwie ist das gar nicht mehr so gut. Was auch noch geil wäre, wäre Zeit zurückdrehen können. Sagen wir mal, du kannst zehnmal am Tag die Zeit bis zu zwei Minuten zurückdrehen. Weil dann könntest du jetzt immer, I don't know, du könntest im Casino, im Casino könntest du mega viel Kohle abräumen, setzt einfach alles auf schwarz beim, beim Roulette, dann dreht sich das Ding, landet auf 24. Du denkst dir, okay, passt, spule ich zurück, setzt alles auf 24 und badabim, badabum, bist rich. Das wäre schon ganz gut. Zehn Minuten länger schlafen, das wäre auch eine gute Superkraft. 0, 0, 0. SCP-0, 0, 0 hat keine feste Form. Letztendlich handelt es sich dabei um eine Art Formwandler, die frei sein Äußeres verändern kann. Mehr Informationen über dieses Wesen sind allerdings nicht bekannt, da jegliche Dateneinträge innerhalb der Foundation fehlerhaft werden und nicht mehr abrufbar sind. Egal welchen Text man online darüber hochlädt, er wird innerhalb kürzester Zeit komplett unleserlich, weil SCP-0, 0, 0 in der Lage ist, jeden Eintrag über sich selbst zu verändern. Die Zahnfee Vielleicht kennt ihr die Zahnfee, eine Fee, die nachts kommen soll und wenn euch ein Milchzahn rausgefallen ist, nehmt sie ihn mit und gibt euch dafür einen Euro. Hier ist die Geschichte allerdings ein bisschen anders, denn angeblich soll diese Zahnfee Hey, was ist mit Inflation, Einer? Einer Euro ist kein Cheeseburger mehr. ...Fee auch nur eine Kreatur sein, die von der Foundation gefangen gehalten wird. Es geht hierbei um SCP-478. Dies sind kleine, dunkle, schmetterlingsähnliche Kreaturen, die hauptsächlich Menschen unter 25 befallen. Diese Wesen klettern in die Münder ihrer Opfer und lassen dort Zähne wachsen. Diese Zähne wachsen zunächst am Gaumen des Menschen und breiten sich dann immer weiter aus bis in die Lungen, sodass ein normales Leben für den Menschen nicht mehr möglich ist. Pattern Screamers Pattern Screamers sind SCP-Kreaturen, die in mehreren Geschichten der Foundation vorkommen. Es sind riesige... Okay, was wäre dann? Lord Escape, danke dir. Also die Zahnfee, die spawnt Zähne so in deinen Gaumen, aber theoretisch, dann kann ich mir die ja immer ziehen und hab Infinite Money Glitch oder nicht? ... uralte Kreaturen, die bereits die Erde bevölkerten, bevor wir Menschen oder die Zeit an sich selbst existierte. Man weiß nicht viel über diese Wesen und die meisten Infos sind nur Legenden und Mysterien, ohne irgendwelche Beweise. SCP-001 ist harmlos. Angeblich soll SCP-001 absolut harmlos sein. Ja, sieht absolut harmlos aus. Wie vorhin bereits erwähnt, gibt es zu wenig Informationen über 001, aber mehrfach wird darüber gesprochen, dass es keine Aufzeichnung gibt, dass 001 Menschen oder anderen Lebewesen etwas antut oder böswillig ist. Ich glaube, das ist das Permanente am Feuer spucken? Da darfst du dich halt nur nicht in deine Richtung drehen. Es beschützt lediglich das Tor zum Garten Eden und solange man eben nicht versucht, an ihm vorbeizukommen, sollte es auch einfach friedlich sein. Warte mal in Drehen, ur-ur-super-Story passiert, wo ich in Köln auf der Online-Titans Vanity Party war mit Mr. Trashpack und mit Lion und so, das war ursick. Da war ich pissen, okay? Und ich gehe so pissen und da ist so, ihr müsst euch vorstellen, warte, ich zeichne euch das auf hier in Paint. Paint. Okay. Hier, faktisch, das ist der ganze Raum. So, hier geht man rein, hier ist die Tür und dann ist hier ein Pissoir, hier ist ein Pissoir und hier ist ein Pissoir. So. Und dann sind hier irgendwelche so Ställe oder so, keine Ahnung, und Waschbecken und so. Und ich stelle mich in das, zu dem hier. Weil irgendwie, zu dem hier zu gehen wäre irgendwie die falsche Option. Ich weiß nicht warum, ich stelle mich zu dem hier. So. Und ich stehe so hier und ich pisse so. Und während ich so am Pissen bin, geht auf einmal hier eine Tür auf, ja, und die Reinigungskraft, also die weibliche Reinigungskraft kommt raus. So, also steht im Türrahmen drinnen und schaut mich so an. Und dann schaut sie runter auf meinen Schwanz und ich schaue sie so an und sie dann so, oh, oh, sorry, tut mir leid, oh, tut mir leid. Und dann geht sie so wieder, ich immer noch am Brunzen, so. Ich denke so halt, ja, keine Ahnung, so, ist halt blöd, wenn da die Tür ist, fucking, wer baut da eine Tür hin, direkt neben das Pissoir, aber halt, du kommst raus und schaust mir erst mal fett auf den Kok und dann sagst du, sorry, war urbeinlich, aber ja, war schon lustig. SCP Explained. Ich bin mir sehr unsicher. Da hätte ich dann erst mal zehn Minuten zurückgedreht, ja. Was SCP Explained bedeutet. Das Einzige, was ich finden konnte, war ein YouTube-Kanal, der zu unfassbar vielen SCPs und Legenden der Foundation animierte Videos gemacht hat. Ob dieser Kanzler... Hat sie wenigstens nach einem Autogramm gefragt, ja, ja. Ich hab mich so rübergedreht, bin immer noch am Pissen, ja. Sieh dann so den Mund auf. Na, okay, komm, lass. diesen Eintrag irgendwie gemeint ist, weiß ich aber nicht. Ja, das hab ich vorhin schon erklärt. Apollyon. Apollyon oder Apollyon ist eine Klassifizierung von SCP-Kreaturen, ebenso wie zum Beispiel Käthe oder Euclid. Doch Apollyon ist die Klassifizierung für Kreaturen, die nicht festgehalten werden können. Also Kreaturen, die aus jeder Fessel und aus jedem Raum problemlos entkommen können und somit eine unvorstellbare Gefahr darstellen. Die Bezeichnung Apollyon wird nur sehr, sehr selten genutzt. Na, das war nicht ganz so Akiru. Generell, das ganze Thema hat mich einfach angepisst und manche Leute haben gesagt so, ja, Saschkas Video war voll scheiße, manche Leute haben gesagt, TJs Video war voll scheiße und im Endeffekt waren wir dann einfach die Diskussion so blöd. Hoppla. Und ich hab halt, glaube ich, meine Punkte nicht ganz gut rübergebracht und ich hab ihr gesagt, wenn ich meine Punkte in der Reaction nicht gut genug rüberbringe, sodass sie halt genauso so beim Publikum quasi ankommen, wie ich sie rübergebracht habe, dann ist es nicht die Schuld von den Zuschauern oder dann hat mich nicht irgendwer so unbedingt falsch verstanden, sondern dann hab ich einfach keine gute Reaction halt drauf geliefert. Und wenn ich keine gute Reaction drauf liefere, dann hab ich nicht, also dann hab ich meinen Job einfach nicht gut genug gemacht. Plus, ähm, das Video hat mich einfach, also generell das Thema fand ich einfach insgesamt sehr langatmig und sowas und dann hab ich auch gesagt, scheiße, nee, wir werden runter. Das ist auch später wieder aus allen... Kein Bock, mach ich einfach ein SCP-Eisberg stattdessen. gestrichen und mit Bezeichnungen wie zum Beispiel Keter ausgetauscht. Man vermutet, dass die Foundation nicht will, dass manche Kreaturen als Apollyon bezeichnet werden, weil es zeigen würde, dass die Foundation selbst zu schwach ist. Ich dachte, Keter ist ein Pferdebetäubungsmittel, ja, imagine. Stay... Was steht da? Stay well... Stay will away? Um manche Wesen effektiv zu kontrollieren. Well away... Dr. Isabel Helga Dr. Isabel Helga ist eine Kreatur, die Teil einer bekannten SCP-Geschichte ist. Bro, Willy Walker oder was? Sie hat die Fähigkeit, für Kinder Spielzeug zu erschaffen und wirkt von der Persönlichkeit her sehr freundlich. Sie ist eine sehr merkwürdige Gestalt in der Foundation, die aber bei den Fans eben sehr beliebt ist. Die Bücherei von Alexandria Die Bücherei von Alexandria war früher einmal eine echte Bücherei in Alexandria, die allerdings zerstört wurde. In ihr waren damals unfassbar viele Bücher voller Wissen gelagert, die dabei allesamt vernichtet wurden. Jetzt müsst ihr erst sein Buch plagen. Bei diesem Punkt des Eisberges geht es aber nicht um die echte Bücherei von Alexandria, sondern um SCP-4001. Dies ist eine sich selbst updatende Datenbank, die das komplette Wissen der Menschheitsgeschichte in sich trägt. Oha, JGPT. Jede einzelne Information, die es je gab, wird in SCP-4001 gespeichert und ist jederzeit abrufbar. Hä? Das heißt, SCP-4001 weißt du von meinem Vorfall mit der Reitigungskraft? Jeder Mensch, der gerade lebt oder gelebt hat, ist in dieser Datenbank eingetragen. Und wenn ihr zum Beispiel euren Finger bewegt, dann wird auch dies sofort geupdatet und steht in dieser SCP-Kreatur drin. Okay, nichts bewegen, Chat. SCP-3999 ist SCP-239. Wenn man sich die SCP-Kreaturen 3999 und 239 ansieht, scheinen sie zunächst völlig unterschiedlich. 3999 ist eine riesige, monsterhafte Gestalt und 239 ist ein kleines, unschuldig aussehendes Mädchen. Doch diese beiden Wesen haben tatsächlich die gleichen Kräfte, denn sie sind in der Lage, die Realität um sich herum zu verändern, zumindest so lange, wie Blickkontakt zu den Objekten herrscht und solange sie noch bei Bewusstsein sind. Obwohl diese Wesen also optisch völlig unterschiedlich sind, ist ihre Macht nahezu identisch. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich alle Mädchen im Alter von bis zu 8 Jahren, die ich auf der Straße sehe, einfach schlage. Ja, das ist halt einfach der Grund dafür. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit vor Gericht lande. Das nächste Mal, ich zeige dir dann einfach dieses Video vor Gericht. Dies ist ein Gerücht der Foundation und zwar, dass die Führungskräfte der SCP Foundation in Wahrheit unsterblich sind und nicht beseitigt werden können. Man vermutet einfach, dass Menschen, die in der Lage sind, über Kreaturen zu verfügen, die alles zerstören können, auch in der Lage sein müssen, mit Hilfe von genau diesen Kreaturen ihr eigenes Leben endlos zu machen. Genau wissen, ob sie wirklich unsterblich sind, weiß man aber nicht. Und damit kommen wir jetzt zu der größten und fast schon tiefsten Ebene des Eisberges. Oh, ich will den Zipfel da unten, den will ich gern sehen. Die meisten Legenden und vor allem die obskursten Legenden werden wir hier in Ebene 3 jetzt antreffen. obskur. Dr. Cleffs Tochter Dr. Cleff ist ein Wissenschaftler der Foundation und gilt als einer der mysteriösesten Mitarbeiter, die dort jemals gearbeitet haben. Er ist fast so mysteriös wie die Führungskräfte selbst. Das, was ihn aber extrem besonders macht, ist der Fakt, dass er scheinbar mit einer eigenen SCP-Kreatur ein Kind erschaffen hat. Dies ist ein SCP namens 166, ein Wesen, das halb Mensch und halb SCP-Wesen ist. Sie sieht aus wie ein wunderschönes Halbmensch-Halb-Re-Wesen und jeder Mann, der sich auf 500 Meter ihr nähert, verliebt sich sofort und sterblich in sie. Also ich sehe das Re gerade nicht da drin oder ist es der Doktor? Wie hat er das gezeugt? Stapel Zettel. Kommen wir nun zu einer weiteren SCP, die angeblich SCP-001 sein soll. Dies ist einfach nur ein Stapel Zettel, der scheinbar aus dem Nichts plötzlich auftauchte und in dem Anleitungen niedergeschrieben standen, wie man SCP-002 gefangen halten muss. Als man das Ganze wieder schloss, diesen Stapel an Zetteln und danach wieder öffnete, standen plötzlich keine Anweisung zu SCP-002 mehr drinne, sondern stattdessen für SCP-003 und dann 004 und immer so weiter. Je öfter man diesen Stapel öffnete, desto weiter ging man vor durch die SCP-Wesen. Man ist sich unsicher, was es mit diesem Zettel auf sich hat, woher die Blätter kommen und wie gefährlich sie sind, aber Untersuchungen sind derzeit leider untersagt. Es gibt aber die Theorie, dass wenn wir die Datenbank der SCP-Foundation ansehen, wir letztendlich eigentlich nur durch SCP-001 hindurchblättern. Ansammlung 100. Ja, also es ist SCP-001 ist dieses Blatt oder nicht? Oder ist jetzt SCP-001 war das dieser Feuer was der? Was der Amigo oder war das der 002? Ich kenne mich gerne mal aus. ...geister. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hiermit gemeint ist. Angeblich ist hiermit ein Geschehenes gemeint, bei dem sich plötzlich mehrere Portale öffneten und wo aus allen Multiversen, die es gibt, 100 schreckliche und übermächtige Kreaturen kamen, die versuchten, die Welt zu vernichten. Ob dies wirklich damit gemeint ist, weiß ich allerdings nicht. SCP-35 und SCP-4537 Hierbei geht es um eine sehr bekannte und eine sehr unbekannte SCP. SCP-35 ist eine Theatermaske, die angeblich bei Leuten unfassbar starke Emotionen auslösen kann und dafür sorgt, dass Mitarbeiter, die sie berühren, von ihr übernommen werden. Es entsteht plötzlich in den Leuten der starke Wunsch, dass man diese Maske sich aufsetzen will und sobald man das tut, verliert man jegliche Kontrolle über seinen Körper und der Zerfall des Menschen fängt sofort an. Angeblich soll diese SCP aber einer anderen Gestalt gehören und zwar SCP-4537 Der Hofnarr. Dies ist ein Wesen, das auf einem hohen Thron sitzt und Menschen kontrolliert, damit sie ihn entertainen. Er macht also quasi andere Menschen zu seinen eigenen Hofnarrern und soll dies früher einmal mit Hilfe der Maske getan haben. Sprich, angeblich soll die SCP-35 also einfach nur ein Objekt sein, was dieses andere SCP-Wesen nutzt. Artistic Finger Okay, aber was passiert, wenn du deinen Dödel reinsteckst? Finger Artistic Finger oder auch Ganymede ist eine Geschichte des SCP-Multiversums, bei dem die gesamte Foundation zerstört wird. So habe ich es jedenfalls verstanden. Andere Leute im Internet meinen, dass hiermit eine SCP-Kreatur gemeint ist, die als Statement gesehen wird gegen Frauenfeindlichkeit in der Artist-Community der SCP-Foundation. Es ist letztendlich ein Wesen, das einfach aussieht wie ein großer Mittelfinger. Eins dieser beiden Theorien wird wohl stimmen. Containment Breach ist Fake. Jeder kennt wohl das Spiel SCP Containment Breach. Es war maßgeblich verantwortlich für die Bekanntheit dieser Foundation und zeigt einen Vorfall, bei dem plötzlich mehrere Kreaturen freigelassen werden. Ah, dann habe ich das gespielt, oder? SCP Containment Breach. Ja, das habe ich gespielt. Das habe ich gespielt. True, das war das. Ja, ich kann mich erinnern. Das war damals so ein bisschen wie dieses Slenderman-Ding. Aber nicht so groß. Ja, das hast du gespielt. Woher willst du das wissen? Doch die Geschehnisse des Spiels selbst sollen nur ein fiktiver Vorfall sein. Sprich, alles, was ihr im Spiel SCP Containment Breach spielt, ist nichts weiter als eine frei erfundene Geschichte. SCP-2193 und die Factory. Angeblich soll SCP-2193 eine Anomalie sein und führt in den Dokumenten der Foundation eine sogenannte monatliche Termination von D-Klasse-Personal durch. Angeblich sollen diese Vorfälle direkt dazu führen, dass die Factory, die bösartige Gestalt von vorher, stärker wird und an Macht gewinnt. Sprich, SCP-2193 soll dafür sorgen, dass Mitarbeiter der Foundation rübergebracht werden zur Factory, um dort zu arbeiten und neue Kreaturen zu erschaffen. Also die gibt es immer noch. Schachspieler. Hierbei geht es darum, dass angeblich Schachspieler für die Legalisierung gewisser Substanzen sind. Ich habe wirklich keinen Plan, was das zu bedeuten hat und konnte nur Foren finden, wo darüber gesprochen wird, dass man diesen seltsamen Titel gehört hat, aber niemand weiß, was es genau damit auf sich hat. Es könnte sich hierbei ebenfalls um eine Gruppierung handeln, die SCPs für ihre Zwecke verwendet. Das ist der dümmste Punkt in dem ganzen Video. Schachspieler werden von SCPs als Gruppe gebündelt, damit sie gewisse Substanzen legalisieren. Schwier. Pangloss. Pangloss ist eine Kreatur, die auch einfach nur als Flamme bezeichnet wird. Es ist eine Art Gottheit, die zum Anbeginn der Zeit erschaffen wurde. Im Vergleich zu den meisten SCP-Kreaturen ist Pangloss ein harmloses und hilfreiches Wesen, das unter keinen Umständen böse Intentionen hat. Es ist einfach nur da, um jedem Menschen zu helfen, da er irgendwie Hilfe benötigt. Was war das gerade? Da ist immer hängen geblieben im Skript. Nochmal bitte. ...um jedem Menschen zu helfen, da er irgendwie Hilfe benötigt. Geil, geil. Feaster Bunny. Geil. Soweit ich herausfinden konnte, handelt es sich bei den Feaster Bunny um eine abstruse Version des Osterhasen. Ich bin mir da allerdings nicht ganz sicher. Das könnte SCP-1793 gemeint sein. Dies ist ein normaler europäischer Hase. Oha, ich hab die ganze Zeit, Chad, ich hab die ganze Zeit einfach den verkehrten Schuh an. Und ich hab's nicht gemerkt, Bro. Der Hase kann Dinge durch seine Gedanken verändern und kontrollieren, aber altert nicht, obwohl er schwere gesundheitliche Probleme hat. Ich konnte jedoch leider keinerlei Hinweise finden, dass dies wirklich der Feaster Bunny sein soll. Secret Laboratory Cannon. Was hat Schach jetzt damit zu tun? Ich spiele gern Schach und smoke gern. Be smoky. Ich glaube, wir sind da was Großem auf der Spur, wenn wir das hier bestätigen. Eben haben wir bereits darüber gesprochen, dass SCP Containment Breach angeblich nur ein Fake-Szenario zeigt, das nicht zu der eigentlichen Story der Foundation gehört. Laut diesem Iceberg-Eintrag geht es aber darum, dass das Spiel SCP Secret Laboratory hingegen tatsächlich eine echte Canon-Geschichte behandelt. Das bedeutet also, wenn ihr dieses Spiel spielt, was es gratis auf Steam gibt, könnt ihr tatsächlich ein Stück echte Geschichte der Foundation sehen. Mimetic Formatting. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch. Ich habe mir einen wirklich unfassbar langen Beitrag von Mimetics auf der SCP-Seite durchgelesen und es geht dabei um die Art, wie Informationen von SCPs weitergetragen werden. Teilweise über Telepathie und man versucht, in Mustern irgendwelche Antworten zu finden, aber mein Intellekt und mein Verstand ist nicht in der Lage, dieses Thema vollkommen zu verstehen. Wer sich dafür interessiert, ihr könnt das gerne Ich bei jedem Dara-Video gerne auf der Seite nachlesen und mir vielleicht erklären, weil ich habe absolut keinen Plan, was es damit auf sich hat. Wir überspringen diesen Punkt und tun so, als wäre er nicht da. Auch geil. Ja, Freunde, dieser Punkt vom Eisberg, ich habe einfach keinen Plan, ich bin einfach das Blade dafür. Na, also das hat sich das Böse angehört. Ich liebe Creepypasta-Pan, stelle ich mir gerne ein The-Gewünscht. Mr. Lai und SCP-055. Mr. Lai oder SCP-2284 genannt, ist ein Mann mit indischem Akzent, der durchgehend lügt. Seine besondere Fähigkeit ist es allerdings, dass alle seine Lügen von dem Gegenüber geglaubt werden, ohne dass es auch nur einen Funken an Zweifel gibt. Nun heißt es aber laut einer Theorie, dass Mr. Lai eigentlich gar nicht lügt, sondern die ganze Zeit die Wahrheit sagt, aber einfach nur versucht, über SCP-055 zu sprechen. Vielleicht weiß er, vielleicht ist er da noch gar nicht indisch, sondern hat einfach mal gesagt, er ist indisch und jeder glaubt es. Denn SCP-055 ist ein sich selbst schützendes Geheimnis. Egal, was man über diese SCP-Kreatur schreibt oder sagt, es wird immer eine Lüge sein. Selbst wenn ich jetzt beispielsweise dieses Wesen gesehen hätte, könnte ich euch die Optik nicht beschreiben. Denn alles, was aus meinem Mund kommen würde, wären Lügen und falsche Informationen. Und zwar, SCP-055 diese erzeugen würden, damit es weiterhin geheim bleibt. Dann ist er ganz sicher kein indischer Mann. Nun soll angeblich Mr. Lai okay, dann ist er kein Mann und nicht indisch. Eine Frau, die aus Deutschland kommt. Wahrheit, nur versuchen, über SCP-055 zu reden, doch alle seine Aussagen werden automatisch zu lügen. Eine unindische Frau, genau. MK-Ultra. MK-Ultra war ein Forschungsprojekt der CIA in unserer echten realen Welt, bei der versucht wurde, Menschen zu kontrollieren, indem man eine Art Bewusstseinskontrolle durchführt. Quasi eine Gehirnwäsche mit Hilfe von Telepathie. Man sollte mit Telepathie in der Lage sein, andere Leute zu kontrollieren. Jedenfalls war dies der Test der Regierung, der letztendlich schief lief. Nun gibt es aber ein Gerücht, und zwar, dass angeblich die SCP-Foundation dieses Projekt damals ins Leben gerufen hatte und versuchte, Geld reinzupumpen, um irgendetwas herauszufinden. Am Ende mussten sie das Ganze einstampfen, aber mehr Informationen gibt es darüber nicht. Ouroboros-Cycle Soweit ich den folgenden Eintrag verstehe, ist der Ouroboros-Zyklus eine nicht endende Geschichte der Foundation. Eine Geschichte, die sich immer und immer wiederholt und die quasi in einem endlosen Loop steckt. Soweit jedenfalls mein Verständnis. Auch den Ouroboros-Cycle könnt ihr online nachlesen. SCP-407 und Yaldabaos. Bruder, diese Namen werden immer blöder. Yaldabaos. Yaldabaos ist ein... Moin! Moin! Was ist das für eine Scheißzeichnung, Bro? Moinsinn! Das sieht absolut wack aus. Schau das wie so ein Firefox-Look. Schau das wie ein Cock erst mal. Sieht erst mal aus wie ein Schwand und dann auch noch mit so einem Firefox-Logo, aber ne, 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 ne. Ein mächtiger alter Gott der SCP-Welt und angeblich der bösartige Erschaffer von allem Leben. Es gibt nicht viel klare Informationen über diese Kreatur, doch angeblich soll es eine Aufzeichnung seiner Stimme geben und zwar SCP-407. Dies ist ein Lied in einer fremden Sprache, die bis heute niemand entschlüsseln konnte. Innerhalb eines gewissen Radiuses innerhalb dieser Musik fangen plötzlich Zellen an, sich weiterzubilden und zu vermehren. Sprich, wer diese Musik hört, bemerkt auf einmal seinem eigenen Körper, wie Zellen anfangen sich zu vermehren, wie sie neue Formen annehmen oder so zum Beispiel auch neue Körperteile oder Organismen entstehen. Man vermutet nun, dass SCP-407 in Wahrheit die Stimme von Yalda Baoth ist, die weiterhin in der Lage ist, Leben zu erschaffen. Thought of the Believer. Hierbei geht es um SCP-2200. Dies ist ein Schwert, das an sich erstmal nicht besonders aussieht und nur blau leuchtet und recht effektiv ist. Das Ding ist halt creepypasta-lunch. Er sucht so nach Beispielbildern, gibt Schwert ein und denkt sich so, das ist spannend. Das ist gut, dass man da mehrere Minuten drauf schaut. Nochmal, das hört sich jetzt mal an, als würde ich mich jetzt hier über lustig machen oder so. Ich liebe den Typen über alles, aber halt, keine Ahnung, er hat eh Mid-Journey. Lass doch irgendein geiles Bild generieren mit Mid-Journey. Aber besonders wird es dadurch, dass jeder, der dieses Schwert anfasst, besessen wird und versucht, damit anzugreifen. Die Körper der Betroffenen... Was ist das da hinten überhaupt? Hä, das macht da gar keinen Sinn oder ist das AI generiert? Das könnte actually AI generiert sein, weil das... Weiß jemand, was da... Mid-Journey Schmutz, das ist voll gut. Das wäre nicht für voll viele Dumpnays. ...verfallen unfassbar schnell, es sei denn, sie schaffen es, jemanden anderen zu beseitigen. Dann wird eine Kopie des Trägers aus Metall erschaffen, die selbstständig lebt, aber weder essen noch trinken und schlafen muss. Daleport Loop. Hierbei geht es um SCP-1396. Eine ganze Stadt namens Daleport, die Opfer einer Anomalie wurde. Im Jahr 1997 fanden einige mysteriöse Ereignisse in dieser Stadt statt. Menschliche Körper lagen plötzlich auf den Straßen, andere menschliche Körper hingen einfach in Wänden drinnen. Häuser sahen plötzlich verformt aus, es gab seltsame Linien auf dem Boden und jeden Tag um 19.42 sah man einen seltsamen Körper, der vor der Bücherei scheinbar auf der Stelle rannte und den Körper einer jungen Frau, die durch die Stadt schwebte. Ganz kurz, richtig geile Story, weil er jetzt hier so die exakte Uhrzeit gesagt hat. Ich war damals mal mit meinem besten Freund, war ich unterwegs, das war irgendwann am Abend, also es war keiner, elf Uhr oder schon Mitternacht oder so, waren wir auf der Screed damals, na, sind ja die Hoodrowdies und so und wir gehen so ganz normal an der Straße entlang und es sind lauter Laternen und er sagt so, yo, siehst du die Laterne da vorne? Und ich so, ja und er so, ja, die wird in drei Sekunden wird die ausgehen und dann zählt er so runter, drei, zwei, eins und dann geht die aus. Na, aber alle anderen Laternen bleiben einfach an. So und ich so, what the fuck, halt, wie? So, das ist irgendeine Laterne und dann hat er so gesagt, so, ja, die geht alle elf oder zwölf Sekunden geht die an und wieder aus, weil da irgendwas, anscheinend schlecht programmiert ist oder so oder irgendein Kontakt da drinnen ist, ich weiß nicht, wie Laternen funktionieren und dann halt nach elf Sekunden ist die wieder angegangen und er hat dann einfach runtergezählt, hat so zehn Sekunden oder hat so fünf Sekunden gewartet und hat gesagt, so, schau die Laterne da vorne, die geht gleich aus. Das war ein legendärer Moment. Es heißt angeblich, dass seit 1997 diese Stadt in einem dauerhaften Oder er ist in der SCP, keine Ahnung. und sich viele dieser Anomalien immer und immer wieder wiederholen. 4chan Leaks Dieser Eisberg-Eintrag handelt tatsächlich von der Bekanntgabe der Foundation an sich, quasi dem Tag, an dem wir alle von der Foundation hörten. Es geht letztendlich darum, dass im Jahr 2007 ein Beitrag über SCP-173 veröffentlicht wurde. Die wohl bekannteste SCP-Kreatur, die berühmte Puppe, die sich immer dann bewegt, wenn man wegschaut. Während die meisten dies einfach nur für eine nette, kleine Geschichte hielten, war dies der Tag gewesen, an dem ein Mitarbeiter der Foundation geheime Informationen mit der Außenwelt teilte und somit die Arbeit der Foundation öffentlich und zugänglich machte. Einhorn und Phönix Hierbei geht es vermutlich darum, dass die SCP Foundation im Besitz von Spielzeugen mit echtem Einhorn-Haar und auch Phönix-Federn ist. Geiles Haus da hinten. Klettert auch gerade wer rauf. Das ist eine interessante Zeugnung. Sprich, sie haben also quasi Gegenstände oder hinterbliebene Sachen von scheinbar mythischen Lebewesen. Kreaturen, die wir für Fabelwesen hielten wie Phönix und Einhörner, sind demnach tatsächlich echt oder früher mal echt gewesen und werden seit jeher von der Foundation unter Verschluss gehalten. Dies bedeutet letztendlich auch, dass quasi jedes übernatürliche Wesen wie zum Beispiel Loch Ness, Bigfoot und Co vielleicht tatsächlich echt ist, aber in der Foundation festgehalten wird. Hidden Text Jeder, der sich mal einen SCP-Beitrag angesehen hat, wird den Hidden Text kennen. Dies sind Textabschnitte, die geschwärzt wurden. Viele Leute, die eben SCP-Sachen lesen wollen, verstehen nicht, wieso das Ganze passiert. Aber der Grund ist, dass keine Daten an die Öffentlichkeit gegeben werden können, die letztendlich dazu führen würden, dass Menschen sich oder andere in Gefahr bringen. Persönliche Dateis über diesen Vorfall, wie Namen oder Orte oder Informationen von hoher Sicherheitsstufe werden somit einfach als Vorsichtsmaßnahme entfernt. Ich finde es geil, wie der Pfeil da ist, um anzusehen. Ja, hier übrigens. Glaubt ihr, macht er das in einem, also in einem Talk? Weil ich habe gerade gehört, wie er so irgendwie so runtergeschluckt hat oder so. Cpp, das wäre ja mal was. Weil das einfach ein One-Take ist. O5-13 ist das 13. Mitglied der Führungsetage. Es gibt keine belegten Informationen über die wahre Identität, aber im Vergleich zu den anderen zwölf Mitgliedern gibt es eine Person, bei der man vermutet, dass es sich um 13 handeln könnte. Dies ist Alison Chao, eine Person, die scheinbar erst später in eben diese Führungsetage eingeführt wurde, damit es bei Abstimmung im Rat nicht zu einem Unentschieden kommen kann und sie ist auch die Einzige, die nicht Gründungsmitglied der O5 ist. Qualitätsverlust. Ich gehe mal davon aus, Ah, einfach keine Videos. Der nächste Punkt des Eisberges und der letzte, der vorletzten Ebene dafür steht, dass viele Mitglieder des SCP-Forums sich große Sorgen machen. Nette Fensterpuppe, oh, Alter, es gibt auch, also, auf dem Heimweg von meinem Studio bis nach Hause gibt es zwei so Geschäfte oder sowas, die Schaufensterpuppen halt draußen stehen haben und ich habe mich so oft erschrocken einfach, wo ich die gesehen habe. Das ist generell, oh, ich hasse es, ich bin so paranoid, gerade wenn es dunkel draußen ist. Ich weiß nicht, warum ich so paranoid bin, so, äh, aber, ja, keine Ahnung, gar nicht cool, gar nicht cool. Dass die Qualität der Beiträge auf ihrer Seite schlechter wird. Immer und immer mehr Leute fangen an, Geschichten zu schreiben für die SCP-Foundation, die allerdings wirklich schlecht geschrieben sind, voller Rechtschreibfehler und Grammatikfehler, die sich wiederholen oder überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Je mehr Leute von SCPs mitkriegen, desto mehr Geschichten kommen auch, die den Qualitätsansprüchen nicht genügen. Und deswegen haben viele Leute bemerkt, dass im Vergleich zu früher die Geschichten heutzutage nicht mehr so gut sind. Und damit haben wir die ersten drei unterschiedlichen Ebenen des Eisberges durchgearbeitet, aber stehen nun natürlich noch vor der tiefsten Ebene, die wir haben. Einer Ebene, wo wir jetzt auch wahrscheinlich in eine wirklich gruselige Meta-Ebene kommen. Oh, die Zipfel berühren sich fast. Ebene vier. Viele Geschichten, viele Apokalypsen. Diese Punkte fasse ich einmal für euch zusammen. Letztendlich geht es hierbei wieder um die Multiversumstheorie. Angeblich gibt es unzählige Welten, in denen die Foundation und in denen SCPs existieren. Und damit einhergehend gibt es auch unzählige Welten, die bereits aufgrund von SCP-Kreaturen vernichtet wurden. Das Bild finde ich auch geil, weil es brennt hier einfach alles. Alles ist gerade am Zusammenbrechen. Dies, das, das Gebäude an. Ah, das siehst du kaum. Das Gebäude ist hier gerade komplett im Apple-Logo-Modus, aber hier gehen einfach eine Person, da hinten gehen irgendwelche Leute, da spazieren Leute ganz gemütlich. Bruder, da brennt es einfach neben dir. Welten, in denen die Foundation existiert. Du hast einfach so rot bei der Ampel. Imagine, du musst einfach stehen bleiben bei der Ampel, musst so warten. Aber nicht in der Lage war, ihren Job gut zu machen. Die Foundation ist nicht übermächtig. Sie kann Fehler machen und wenn sie es tut, kann es dazu führen, dass aller unser Leben beendet wird. Wir müssen also hoffen, dass wir niemals so eine Parallelwelt werden, in der auch wir irgendwann einfach nicht mehr existieren. Alle SCP-001 sind echt. Wie ihr in diesem Eisberg schon gemerkt habt, gibt es viele Kreaturen, die als SCP-001 bezeichnet werden. Tatsächlich sind es nicht nur die zwei, die ich hier genannt habe, sondern es sind Dutzende. Es heißt angeblich, dass all diese Kreaturen echt sind oder dass es eine Kreatur gibt, die all diese unterschiedlichen Wesen in sich vereint. Die Foundation an sich ist echt. Die meisten Menschen denken, dass die SCP-Foundation freie Erfindung ist. Man glaubt, ein paar Leute im Internet wollten etwas Spaß haben und erfanden Geschichten. Doch angeblich soll die Foundation etwas wirklich Reales sein. Eine echte Organisation, die von den Regierungen der Welt unterstützt wird und im Hintergrund handelt. Eine Organisation, die dazu da ist, um uns zu retten. Aber glaubst, wenn die SCP-Foundation echt wäre, hätten die ein Logo? Wenn die jetzt anonym bleiben wollen und das soll ja keiner mitbekommen und so, dann machst du ja kein Logo, damit dich die Leute wiedererkennen. So weißt du, was ich meine? Man stellt angeblich diese ganzen Geschichten nur online, damit wir Menschen glauben, alles ist nur Fiktion und nur erfunden, damit wir nicht weiter nachhaken und die Arbeit der Wissenschaftler gefährden. Aber creepy Passerlatsch schreit der an die Front. Oh mein Gott, what the fuck? bist nicht echt. Wie sicher kannst du dir sein, dass du existierst? Wie sicher kannst du dir sein, dass du ein Mensch bist mit freiem Willen und nicht vielleicht auch einfach nur ein weiteres SCP-Monster oder Lebewesen, das von so einer Quertour beherrscht wird? Alle deine Handlungen, alle deine Gedanken, alles um dich herum muss nicht echt sein. Vielleicht bist du nur das traurige und bemitleidenswerte Opfer Oh mein Gott, das ist ein creepy Passerlatsch. Einer Kreatur, die unseren Vorstellungskräften einfach nicht gerecht wird. Das will ich nochmal hören mit dem Opfer. Ich will also mich... Einer Kreatur, die unseren Vorstellungskräften einfach... Achso, scheiß drauf. Ganz ehrlich, ich habe letztens so einen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Schau mal, wie weit unten ich bin. Ich will noch ein bisschen weiter runter hier, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ich habe letztens so einen Film gesehen und da ging es darum, dass der eine Dude so ein Charakter in dem Videospiel ist oder dass alle so Charaktere in dem Videospiel sind und dann hat er das so realisiert und hat so zu seinem Kollegen so gesagt, so yo, wir sind halt alle nicht echt, uns gibt es halt nicht wirklich und so und der andere hat gesagt, so es ist ihm egal, weil halt so dieser Moment, die er erlebt und die Gedanken, die er hat und die Konversationen, die er führt, die sind echt. So diese Momente kannst du ja keinem wegnehmen und dementsprechend, selbst wenn es mich jetzt nicht for real geben würde und ich bin nur irgendeine Animation oder so. Ja, fuck it, oder? Kann man, ist mir doch scheißegal. Wenn ich es nicht weiß, dann macht es für mich keinen Unterschied. ...einfach nicht gerecht wird. Vielleicht landest du ja auch bald in der Foundation oder wirst Opfer von diesen Kreaturen, die wir einfach nicht verstehen können. Vielleicht bist du ja nur irgend so ein Opfer. Ja, geiles Video. Gebe ich auf jeden Fall ein Like, Creepypasta Lunch. Sollte auf jeden Fall mehr Iceberg-Videos machen. Das wäre noch gut für so ein Iceberg-Video. So ein YouTube-Iceberg wäre eigentlich was. Das wäre aber auch eine interessante Video-Idee für den Hauptkanal, oder? Aber das wäre dann nur so ein 10-Minuten-Video. Wäre trotzdem lustig, denke ich. das ist. Sollte auf jeden Fall .